So, wir sind im oberen Team, wir spielen mal wieder mit Peach und dürfen uns von den Viechern hier nicht erwischen lassen. Müssen immer im richtigen Moment springen. Ah, können sowohl von links als auch von rechts kommen. Momentan kommen sie nur von links und ich schaff's nicht. Komm Rosalina, bitte, bitte, bitte. Kriegst das hin. Ja, Bowser ist weg. Please, jawoll. Wario gegen Rosalina und Wario gewinnt. Mist.